ja willkommen es nimmt nicht auf ach ja es nimmt nicht auf bei Tito ist alles lapp wir sind raus und wir sehen uns dann das Ding mal wieder, tschau Leute ja jetzt nimmt's auf, hallo ja ok hallo ähm 321 wir join auf den Server es geht weiter mit Waw und ich hab mein Fenster noch offen, wartet mal kurz und wir könnten in den nächsten 2-3 Folgen vielleicht kämpfen wir können das zu schauen was uns das schicksel, der ist nicht Creeper bei dir jetzt geil das ist gar nicht mehr wir wollten kämpfen, aber schlö mal den Amboss auf, 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 schnell nur noch einmal durch, glaub ich ich hol mir noch eben die Crew hier ja die Crew sagt einfach nicht, dass ich den Lauer gesteckt habe, der Server lag wieder, ne ich lege, hä? ey, ey, wie mein Bruder, der Amboss hält noch dir, ne ja, aber ich muss ja auch noch mein Schwert dazu machen ne, meins ist ja noch eigentlich voll gut, also meins ist schon gut, eigentlich so hier war mein Schwert erstmal, äh, also Ender Parallel noch rein, ich hab jetzt echt gutes Gequert, also ich könnte echt gut halten, ne wir müssen halt gucken, hast du, ähm, ähm, Seite, Farben, 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 ja, vier, hier, hier, so schuldig ey, dann machst du doch nur nen Bogen ich hab nen Bogen, aber ich hab keinen Charmter ey, dann nimmer, nimmer, mach dir noch nen zweiten Bogen ne hier äh, die Sticks hier 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 und erst der Server legt mich grad ein bisschen jetzt wo halt 200, ich hab kein Level mehr, du musst den Schaden für mich ich hab auch kein Level mehr, super ich geh mal wieder ähm, da nehmen wir mal den Engineering-Termot ich hab kein Blatt mehr ich hab ihn noch okay, denn, äh, Working-Technik nehme ich auch mal mit also wenn wir jetzt zumindest Tower 2 machen könnten, das wär schon, gell ich hab eh Tower 3, das ist das ja, wo sollen wir denn jetzt zum Level herbekommen meine Festplatte, man, die regt mich so auf wir könnten sogar noch, äh, ein paar Pfeile machen theoretisch äh, ich hab nur ein ich hab aber noch viele Federn ich hab aber noch viele Federn ich hab keine Federn aufgesammelt, nicht ich hab acht Federn plus ein bisschen Kies dann warte mal, äh, nimm mal, mach den mal nicht auf und so beziehungsweise kann man mit, kann man mit äh, ja nochmal ich gucke ja noch Level, dass ich dir vielleicht in den Bogen entschärnten kann also erstmal mal eh genug, also ich würde es bei der Schaden mal erst wahrscheinlicher, dass das so auskommt, wir bräuchten irgendwas mit Glück mal wir könnten nur so viele Bücher machen, ne aber wir haben wirklich zwei Euro wir könnten es auch mal anbauen wir könnten es auch mal anbauen wir haben, äh, Schweine, sind die ich chill jetzt immer so ungebraten, es ist auch schnitz ungebraten äh ne, um naja, also die Folge wird wahrscheinlich nicht so wirklich spannend nochmal jetzt die letzten Vorbereitung, ne noch mal jetzt die letzten Vorbereitung, ne aber das wird ja auch unser Schadensitzen das soll bestätzt Zentrums und so ist noch machen an die Kornel der Ausdruck von Seitenstattung kommen ich hänge mich auch ein bisschen und jetzt haben wir uns er hat mich zu verursachen ist man zu kommen auf 1 ich habe es extra vor behalten anbaut er ist es nicht die Welt wirklich in die fast 20 Lieder und das war er liegt an einer festplatte um ein Prozessor zu 80 und ausgelassen und ganz voll und meine Grafikkarte ist auch so nur ein paar Prozent nicht fast nie ausgelassen zu müssen an einem Computer können und das denn nie ausgelassen so ein geiler Prozent das ist und das ist immer ein Teil die Stelle hier ein Schönern und die dann wird so natürlich weniger weniger geladen ich lasse es jetzt ich habe es schon zwei Lärm so wie kann die Lärmchen von Verzauern plus ganz übernommen und so ist es sich aufsammeln kann und jetzt noch mal etwas wegwerfen ist vor allem und man hat erzielt ich habe ein ja ich weiß nicht ob ich es bekomme Schwestern bist du eigentlich um ich bin auf einer kleinen Stelle wo wir noch ein paar Tiere übersehen und die wurden gekickt und die zweiten das war ein Fakten von nur noch mal ein ich muss noch und schon beschäftigt stellen nun und sie hat der jahre sind unser kürzelt uns zu und die Welt und ja ich habe ob die die sind schon wieder gejoint und ich habe nur geschrieben dass sie wieder zu einem um antworten die nicht ich glaube die ignorieren uns einfach ist ich werde ich habe noch einfach sie haben aber alle für die ja wenn wir die ganze hier wie verrückten kämpfen wollen war etwas bringen nicht so wie die letzten die Folgen haben stehen und sagen es hat das Problem mit der Aufnahmepflicht meine erste Erwerbung 2 angeblich wohl zumindest pro Team einer mindestens Prozent durchgesetzt also man muss auf jeden Fall aufnehmen aber ich werde nicht mehr mit machen ich weiß nicht ob ich dann vielleicht mitmache ich immerhin unsicher ein Täter auf jeden Fall nicht weil ich beide aufnehmen müssen und dann um die Hälfte wenn ich beide aufnehmen müssen es ist einfach ja die haben jetzt die Wunscher ein eigenes NCP-Code und da ich weiß nicht wahrscheinlich mache ich mit sich nicht überraschen und guck mal was die da zustande bringen okay ich kann jetzt noch ein Fallkraften die restlichen Sticks werden ich mal weg dann hast du jetzt schon viele Flints? äh ich habe alle gerade wieder verbraten gut weil ich hab noch acht Fehlern dann können wir noch mal wenn nur noch acht Flints kriegst es wäre guter dann könnten wir jetzt noch mal 8 so ein Bild die Lohse enthalten ist der Kälfte ein Jahr er ist der Kälte so ein Leben keine Ahnung aber bestellt das habe ich jetzt wieder rausgekappt bei mir muss auch n ich glaube ich kann es so machen oft vorkommt Ja, eben. Achso. Oh Mann! Ja, dann wird die Datei wieder 10 mal größer. Anders kann ich das wirklich nicht machen. Danke, Ente. Sag mal deine Cordis. Ähm, 191 minus 560. Mhm. Ich lass jetzt auch einfach offen. Äh, solange wir nicht feiten. Lass die Leute auch mal kommen. Lass die kommen, ja? Die sollen uns ruhig neiten. Bitte neibt uns. Bitte, bitte. Ich flehe euch an. Guck'n unsere Videos größtenteil nicht. Adem, guck's hier. Ich würde mir jetzt noch mal ins Kino. YouTube. YouTube. Wo ist man mal? Wo ist man mal? Äh, ich bin jetzt bei 180 Minus 520. Ich muss nicht noch da. Und es leckt so langsam. Fiege, weil einfach zu einmal durchwackelt. So, ich hab kurz mal ein bisschen F3. August Bands. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ähm, Pilze habe ich noch einige. Aber hier sind halt viele Pilze. Das heißt, falls wir irgendwie doch mal Hungerprobleme leiden sollten, daran, diesen Kassel nicht. Ich bin jetzt ledig, hinter dir. Ja, super, dass du einfach weiter wegläufst, ne? Gut. Äh, gib mal einen Bogen. Ich hab auch ein Level. Mal beide Bogen. Nö. Ja, jetzt geh mal einen anderen kombinieren, die nach 4.2 zumindest. Perfekt. Ja, gut. Warte, ich mach mal. Ups, sorry, scheiße. Du hast denn einen Scham, den Tabel verbrannt? Nee, den hab ich selber. Ach gut. Wir könnten es auch einen neuen machen, das wäre nicht das große Problem. Hab ich mir mal, wollte einen neuen Ambos machen, eigentlich. Alter, da hättest du den jetzt echt verbrannt, ich hätte dich so umgebracht. Echt, warum? Wir haben so viele Ressourcen, wir könnten uns locker noch einen... Nein! Übrigens, nachdem man einen Dialhelm oder so, das ist doch auch eine gute Idee, oder? Das ist doch auch eine halbexuelle Investition. Ja, aber ich hätt lieber eine Hose halt echt gehabt. Oh, Alter, ich krieg hier noch ein zu viel. Ich brauch schon wieder zwei Level, um den zu schaffen. Guck mal, vielleicht kann ich einen Verein. Unser Dank. Die meisten haben muss man auch noch einen Level haben. Der die Helm, die zu werden, das es hat die noch mal gesehen, den beenerten hier. Ja, weil wir uns richtig tun. Generalen in ein paar Wochen. Richtiges Generalchen. Oh, general. General. Generalentl. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. verwerfen wir könnten ja auch sagen ja nicht ganz aus kaputt gegangen aber nun hier russ waren haben und ihre schlösser ich habe kaum dass jetzt jemand wenn ich meine Tierbrust ja ja jetzt auch die Klinik hier müssen wir uns hier machen so Schöne ich schon wieder ich will jetzt an nur noch mal nicht ich hätte jetzt in Kohlenblöcke ganz ehrlich ja das dauert so lange der brennt es liegt echt daran dass man die ganze Zeit nur Milch da und schon hat sie jetzt bei der Welt stand jetzt in die Eltern geplant ja er hat die Stattdaten kurz mal ein bisschen effekt Schutz und Haltbarkeit es ist sogar noch besser er hat es natürlich nicht mehr als Haltbarkeit er hat er nicht die Hälfte aus der Sitzung steht müssen ich habe ihn gehen sagt bloß was sind scheiß Helm verbrannt jetzt ich habe ihn geworfen wenn er jetzt nirgends ist wo hast du mir hingeworfen hast ihn zu den anderen als ich ich weiß ich habe ihn genau hierhin geworfen wo du standest ich habe ich will aber dass da irgendwas verbrannt ich habe da hier verbrannt genau hier und hier habe ich auch einmal gemacht aber wenn er hier lachen wenn du hier gemacht hast oh mann sagt bloß er die Helm ist jetzt verbrannt hä du hast noch hierhin geworfen warum hast du denn so einen Müllhaufen geworfen hab ich ja nicht doch hast du anscheinend doch nein das ist manchmal so ein kleiner Backlässe manche Sachen mit verbrannt werden aber ich habe ihn echt eingetan egal ja fünf die Arzt weg hat sich gelohnt naja jetzt hätte ich mir auch selber entscheiden können dann hätte ich ihn gar nicht erst da hinwerfen ja komm weißt du was ja was ist es einfach mehr vor eben schon ganz ehrlich wir haben jetzt auch genug fleisch alle Leute ab hier gibt es bei mir glaube ich noch geht es aber ja es hat echt nicht langweilig wir müssen auch ein bisschen erde mit dem Fall doch noch irgendwann auch und kriegen sollten aber auch mit was mit woher das ist statt sich an der Seite mit drei Stück abzubauen das ist zu viel das ist zu viel Geld das kann ich mir nicht leisten wenn wir jetzt bei SkyBlog werden übrigens habt ihr mal Lust auf ein SkyBlog Projekt mit Titus oder ganz allein vielleicht auch ich würde es glaub ich mal ganz lustig mal so endlich was zu haben wo man ich die ganze Zeit an der Regel nicht halten muss oder Titus geben wollen wir jetzt ist kaputt kann sie mit Reisen geben oder so die 6 woher ja alles kann die Schöne im Alter wir haben so viel Glück mit den Höhlen das gut also mit denen kann die Bühne ist also ein paar drei Bogen es ist schon den liebsten wollen wir noch reisen ja ja vor allem das sind wenn man es schon zwei kaputt gemacht ist am Bosnland ist ich glaube es heißt ich weiß es nicht das ist eine Grammatik ist echt die Rolle hier ist einfach ein See also hier gibt es nicht weiter hier geht es nur wieder raus wenn ich noch kohle aber auch die Läbe nun können uns vielleicht noch um die bessere Eisen sie machen wieder auf das Reisende ich hab den verbrannt die Eintracht habe ich ja nicht mehr gebraucht die eigentlichen die anderen ja auch noch zu Müll geworfen mann die Hälfte das ist natürlich ist die Entrum hierher verbrannt wo 8 ich bin die die Bruder in ganz ehrlichen Kursen mit den Schmutz und so weiter letztendlich ich sehe ich ein Leute und kommt zu uns er ist die was ich brauche das Geld und alles ganz gut nicht tun was er da bestätigt stimmte TG nicht mache ich nicht ins Prozent und selbst erzeugt für die Schlicht und die jetzt kurz erst mal ja ich bin in der Hülle gelandet schon wieder straight runtergebracht okay Leute meine Folge ist vorbei werden jetzt noch ein aufnehmen weil wir Ich spiel noch, ich spiel noch.